Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Tannenbaum, wo ich durchlatschen kann. Das ist ein Durchlatsch. Durchlatsch-Video. Ich gehe durch den Tannenbaum. Durch den Tannenbaum. Ist das geil. Habe ich auch noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie gemacht. Entschuldigung. Du wirst mit den Tannenbaum. Wir sitzen hier gar nicht mehr schlafen. Es wird angeschwissen. Es passiert da nicht. Natürlich. Ich meine, die Dinge wiederbeziehen. Du wackelst mich, wackelst mich. Geiles Gefühl. Ich war schon mal Gustav, meine ich. Weil ich von zu Hause aus nicht sehe. Hier ist es gut. Hallo. Komm mal, du! Einmal dich? Nee. Ja. 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 Das ist mir toll. Oh, ich habe alles direkt los. Komm mal, du hast eine tolle Proto. Du hast eine tolle Proto. Ja. 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 Leider nicht. Schade. Schon was ist? Schade. Ja. 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 Ein paar Sekunden, ein paar Sekunden, wupp! Nächste Woche, abgesehen von Maschburg und Maschburg, kommt die Monster und ich finde es ja viel zu voll. Ja sicher und wie! Da sind ja alle Buden dann auf, weißt du? Und die hätten was dagegen, wenn man was filmen würde, weißt du? Ich hab letztens gefilmt, da haben die sich aufgeholt. Haben die auch. Ja ich weiß das, muss ich mir nicht erzählen. Ich bin dran, kein Bett, was auch nicht Knifellал. Ich bin dran, kein Bett, was auch nicht Knifellal.